Bahnsteig 2, Rax 41 nach Ceske-Belenice fährt ein. Für diesen Zug fährt zwischen Gmünd und Ceske-Belenice ein Schienenersatzverkehr. Gmünd und Ceske-Belenice fährt ein. Eine Information zu Rax 41 nach Wien-Franz-Josephs-Bahnhof, Abfahrtszeit 11.06 Uhr. Dieser Zug fährt voraussichtlich 90 bis 100 Minuten später an. Grund dafür sind Unwetterschäden. Bitte beachten Sie, dass sich Verspätungen auch jederzeit verändern können. Rax 41 nach Wien-Franz-Josephs-Bahnhof, Abfahrtszeit 11.06 Uhr. Dieser Zug fährt voraussichtlich 90 bis 100 Minuten später ab. Grund dafür sind Unwetterschäden. Bitte beachten Sie, dass sich Bespätungen auch jederzeit verändern können.